Am 4. Februar 1920 trat in Deutschland das Betriebsrätegesetz in Kraft. Genau nach 100 Jahren, exakt am 4. Februar, wurde in Schwerin das große Jubiläum gefeiert. In der Bushalle der Nahverkehr Schwerin GmbH kamen Gewerkschafter, Politiker, Unternehmer und Vertreter der Belegschaften zusammen. Mit dem Betriebsrätegesetz bekamen die Arbeitnehmer damals erstmals die Möglichkeit, für eigene Rechte direkt am Arbeitsplatz zu kämpfen. Ein Jahrhundert später hat sich die Arbeitswelt natürlich gewandelt und zu den Alten sind heute neue Herausforderungen dazugekommen. Wir freuen uns total, dass wir heute dieses 100-jährige Jubiläum begehen können und glauben, dass es heute so aktuell ist wie fast nie zuvor, weil wir so unheimlichen Wandel in der Arbeitswelt haben. Es geht um Digitalisierung, auch um Arbeitsverdichtung und da spielen Betriebsräte eine erhebliche Rolle und die brauchen wir so wie nichts anderes zurzeit. Digitalisierung konfrontiert die Gesellschaft mit ganz neuen und recht komplexen Fragen. Inwieweit darf der Mensch beispielsweise der Maschine weichen? Wo liegen dann die Grenzen von Grundrechten der Arbeitnehmer und wer soll diese verbindlich definieren? An welchem Punkt könnte die Würde des Menschen durch den Einsatz von Automaten verletzt werden? Und wer übernimmt die Verantwortung für das Ganze? Das wird auch Kämpfe kosten, denn einfach werden die Beschäftigten, bekommen nichts geschenkt. Also man muss sich darum kümmern, dass ihre Rechte gewahrt werden. Und Mitbestimmung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das Zweite, was auch hier eine Rolle spielt, ist die Tarifbindung. Das heißt starke Partner auf der Arbeitnehmerseite und auf der Arbeitgeberseite. Die Nahverkehr Schwerin GmbH, kurz NVS, wurde nicht zufällig als Gastgeber ausgewählt. Der Kommunalbetrieb mit 247 Mitarbeitern verbindet die neuesten technologischen Trends mit dem klassischen Modell eines städtischen Verkehrsunternehmens. Solange bei der NVS Menschen, Busse und Bahnen führen und instand setzen, werden sie dort vom Betriebsrat vertreten. Und das funktioniert. Aktuell haben wir gerade mit unserer Geschäftsleitung im vergangenen Jahr eine Betriebsvereinbarung von Vereinbarkeit Beruf und Familie abgeschlossen. Dann die Gleitzeit zum Beispiel für die Verwaltung, Wegezeiten für den Fahrdienst und, und, und. 100 Jahre nach dem Inkrafttreten des Betriebsrätegesetzes sind die Betriebsräte selbst allerdings nicht überall erwünscht und willkommen. In einigen Klein- und Mittelstandsunternehmen und vor allem bei den innovativen Start-ups wird darauf mittlerweile nur allzu gerne verzichtet. Ein gefährlicher Trend, sagen dazu viele namhafte Experten. Es gibt durchaus eine besondere Rolle für den Betriebsrat, nämlich als Interessenvertreter der Arbeitnehmer. Und niemand kann zwei Seelen, ach, in seiner Brust haben, einmal das Kapital und einmal die Arbeit vertreten. Das geht nicht. Und trotzdem, so gut wie jeder dritte Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern ist von einem Betriebsrat vertreten. In Hamburg ist es zwar jeder zweite, doch auch hierzulande gibt es gute Gründe, das große historische Jubiläum mit Freude und Zuversicht zu feiern.